äh, warum gehst du nicht durchs Fenster? Hi So Wir werden nicht gesucht, aber auch kein Gate bekommen Super, was bringt mir das? Nichts Scheiße Ah, wir können ja hier einfach mal durchgehen und uns unser Geld holen Jaja, das werden wir jetzt mal machen Und ich hoffe, da sind keine Leute drin Wenn nicht, muss ich nachher cutten, wenn wir zur Polizei gehen wollen Und das möchte ich nicht Weil ich möchte nicht, dass ihr jetzt so gucken müsst, wie ich ewig rumstehe, damit ich nicht mehr gesucht werde Voll Arme Und da normal ein bisschen was holen Von der Seite kommen wir nicht rein Super Oh, ich hasse es Gut Hä, hat hier gerade jemand gesprochen? Hm Was ist das? Ich hab Angst Irgendwas hat der Gatz gemacht Ich hab Angst Hast du Geld? Da oben liegt was Ich will's haben Looks like you're stuck Ja, genau Äh, die Entwickler haben an alles gedacht Nicht selten bleibt man irgendwo hängen Da kommt da Oh, looks like you're stuck Äh, und dann machen wir ihn wieder frei Manchmal auch nicht Dann Nicht Äh, ja Tut mir leid Hm Wo gehen wir lang? Ah, wollen wir die Bank ausrauben? Sind wir jetzt schon an der Bank? Also können wir die auch eigentlich vielleicht ausrauben Dann muss ich halt einen Cut machen Oder auch nicht Dann geh ich in der Zwischenzeit irgendwo was angucken mit euch Und dann werden wir nicht mehr gejagt Oder ich kann auch einfach Ah, ich hab's kaputt gemacht Uh, scheiße Ich hab's in Wetneck Mal sehen, ob hier genug Geld drin ist Nee, ihr reicht nicht Noch mal was raus? Nein Also man kann auch gegen die Dinger gegen treten Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hab Ich glaub aber schon Reißt mich nicht You can't see me Was steht denn da? Und wie viel brauchst du für ein Deposit? Hm Hm Dummdi-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Oh, hallo Geld mach jetzt können wir das alles nochmal machen äh, pack das Ding weg wie Geld haben wir? 255 immer noch also können wir nochmal ausräumen super Freude hier war das Klo vielleicht hat er irgendjemand Geld im Klo versteckt warum ist da Blut? ich hab doch noch gar keinen erschossen oh mein Gott, nein, nicht schon wieder fuck oh mein Gott aha sind doch wie Pumper, die fliegen ja so durch die Gegend wir sehen, vielleicht wird der ja wieder aufgefüllt aber vor dem Supermarkt war da noch so ein Ding also könnte man theoretisch muss ich hier das Geld rausnehmen so ah, kleiner, kleiner Blindermann ich mag dich nicht gut, dann gehen wir jetzt zum Lucky Gernisch um uns da noch ein bisschen Geld zu holen ohne von der Polizei gejagt zu werden die haben wir ja schon kennengelernt am Dienstag nee, war's heute? ich weiß nicht mehr hab schon so lange nicht mehr gespielt so ist irgendwo Geld versteckt komm her was zu essen, cool falls ich mich mal wieder heilen muss nein, ich will nicht zurück da gehst du auf? nein, natürlich nicht hallo, fetter Mann, ich hab was zu essen da ist der Kuss! wuuuuh ja, schießt ihn, schießt ihn er hat zwar dient, er hat mich angeschossen wir gucken, ist hier irgendwo 11825, Kurs 6, 105 Nordabendium 52 geh weg ich brauch definitiv noch mehr Geld oh, eine Schutzweste geh weg ich brauch aber Geld ist hier irgendwo ein Typ mit Geld in diesem Hotel? 138, Mary 3, Yelts 438, Progresso, 740 ich glaube, dass hier noch ein paar langweilige Parts irgendwie gibt's ja nichts eine Bibel, stopp 11825, Kurs oh, ich brauch Geld kann, kann ich nicht ein Fischradarsch oh, eine Bibel, stopp ist die Bibel jetzt runtergefallen? ähm, wo ist die Bibel? ok, ist mir auch egal hi oh, Geld danke Digga so, ich würd mal sagen, die Jungs sind jetzt tot doch nicht doch nicht 1 side 1 2 1 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 6 5 Aber bevor wir das Ticket bezahlen, werde ich jetzt auch erst meinen Cut machen. Wir sehen uns das nächste Mal.